hallo liebe löwe geborene schön dass ihr dabei seid bei einem neuen orakel wir blicken heute zusammen in den monat september 2024 wie gewohnt starten wir mit einer grundüberschrift heute mit dem musen daro gehen nach her weiter mit zigeunerkarten und crowley daro ins keltische kreuz und zu guter letzt gibt es wie gewohnt eine kleine analyse aus dem symbolon orakel wenn personenkarten vorkommen dann bitte spürt mit die rollen können vertauscht sein und zusätzlich könnt ihr sehr gerne die legung zu euren ascendenten anschauen während der zweiten lebenshälfte ausschlag geben wird für all jene die gerne eine persönliche legung von mir haben findet ihr unterhalb des videos alle daten in der box und ihr findet auch weitere links zu verschiedenen orakel kategorien ein herzliches dankeschön sei euch auch ausgesprochen für eure likes abos unter lieben kommentare los geht's mit den zwei grundüberschriften für die löwen für september die erste überschrift lauter die fünfte stimmen ja hier geht es um stimmen in eurem kopf die euch nicht zur ruhe kommen lassen ja hier sehr wichtig gedankenhygiene zu betreiben eure gedanken zu beobachten ob sie überhaupt der wahrheit sprich der wirklichkeit entsprechen und wir haben hier den magier hier geht es um das thema des schöpfens und der kommunikation der magier kann auch auf die sternzeichen zwillinge und jungfrau hinweisen vielleicht seid ihr aszendent in diesem zeichen oder habt es mit diesen sternzeichen zu tun ihr seid keine opfer ihr seid keine täter ihr seid schöpfer im wahrsten sinne des wortes mit dieser karte und es geht um kommunikation ja auch die schwerter energie steht für kommunikation klare kommunikation jedoch sollte es aus einer gesunden haltung heraus passieren und nicht das kopfkino zu zelebrieren wir starten jetzt in eure details los geht's mit den zigeunerkarten die ersten drei pulser im keltischen kreuz lautern der brief das haus und david war hier kann es um eine männliche person gehen in einem reifeprozess konkret um einen witwer oder es geht um eine vaterfigur auch das kann hier sein ja und der brief und das haus können verträge darstellen ein vertrag in einem arbeitsbereich dokumente es kann um einen mietvertrag gehen es kann auch um einen hauskauf gehen um abwicklungen wo sehr viel kommunikation herrscht es kann auch mit dem haus um familienangelegenheiten des vaters gehen oder einer älteren person als ihr seid ja vielleicht kann es ein bruder sein ein onkel weil das haus hier immer auch auf familienbelange hindeutet und es sind ja kollektive legungen weil das geht es auch um sichere verbindungen mit dem haus ja also das kommuniziert wird in sicheren verbindungen und vielleicht ist zu diesem witwer zu dieser männlichen person diese verbindung momentan nicht so sicher obwohl diese person in die zukunft blickt was ja sehr positiv ist auf der gedanken eben haben wir jede traurigkeit das kann sein dass ihr traurigkeit im kopf löst anstatt die traurigkeit zu fühlen oder es geht um eine person die in eurem umfeld traurig ist die rollen können ja vertauscht sein wie anfangs erwähnt ja vielleicht sind es auch traurige nachrichten das ist ja auch noch möglich die eine nachricht die traurige mitteilungen enthält im unterbewusstsein haben wir die falschheit hier wird etwas falsches aufgedeckt auch wo ihr vielleicht nicht ganz ehrlich mit euch selber seid das können bestimmte verhaltensmuster sein oder ihr fragt euch hier vielleicht im september so häufig was ist falsch was ist richtig vielleicht fühlt ihr euch so hin und her gerissen das könnte hier auch sein oder was ist hier in vergangenheit falsch gelaufen die katze die auf der karte abgebildet ist blickt nämlich in die vergangenheit in der vergangenheit selbst liegt die karte etwas geld hier kann es darum gehen dass ihr anfangen zu verstehen dass sie eine idee ein ziel mit kleinen schritten verfolgen dürft könnt müsst ja also die karte spricht von mit kleinen schritten zum erfolg es kann auch dafür sprechen dass ihr das gefühl habt ihr habt zu wenig geld dann seid ihr möglicherweise im mangelbewusstsein gefangen und da gilt es absolut auszusteigen in der nächsten zukunft haben wir die todes karte hier geht eine alte phase zu ende ja hier geht es um eine sehr tiefe innere transformation es kann hier natürlich auch um eine trennung gehen um eine kündigung von wem oder was auch immer bitte spürt hier immer weit mit in einem weiten gefilde seht die wir hier nicht zu eng das kann sich wie gesagt auf jegliche art und weise äußern und da tot und die falschheit gekoppelt können auch ein ende ankündigen von falschen arbeitsplätzen falschen wohnplätzen falschen verbindungen ja vielleicht sogar giftigen verbindungen und es geht mit sicherheit um die sehnsucht ja wonach sehnt ihr euch wie lauten eure wahren herzenswünsche das wird ein sehr sehr wichtiges thema im september werden also lauscht auf euer herz werdet still kehrt nach innen ein und euer herz wird euch eure sehnsüchte regelrecht präsentieren wenn ihr bereit dafür seid oder sobald ihr bereit dafür seid im umfeld haben wir den feind also hier stimmt etwas in eurem umfeld absolut nicht das sind entweder feindlich gesinnte menschen situationen ihr werdet selbst wissen was das für euch bedeutet das wird sich für jeden löwen anders zeigen und der tod kündigt hier möglicherweise auch das ende dieser verbindungen an die euch hier nicht nährend die nicht nährend sind sagen wir das so hoffnung oder befürchtung ist der verrust hier habt ihr vielleicht angst immer wieder in so graue gefühlszonen einzutreten in traurige gefühlszonen einzutreten vielleicht habt ihr auch manchmal angst euch auf irgendjemand oder etwas einzulassen weil es euch nicht als richtig erscheint ja vielleicht habt ihr ja auch mit dieser karte angst davor fehler zu machen der ausgang ist die fröhlichkeit der verlust und die eifersucht also hier werden sich verstrickungen ungesunde verstrickungen lösen wo die auch immer vorkommen ja hier geht es um den verlust von dreiecksverstrickungen vierecksverstrickungen es geht um neider und eifersüchte leihen und die lebensfreude so richtig zu kultivieren ja wenn ihr darauf achtet dann werden bestimmte verluste keinen wahren verlust bedeuten ja also es geht nur das verloren das nicht mehr in euer leben gehört das lässt sich leicht über die lippen bringen fühlt sich meist aber auch gänzlich anders an nichtsdestotrotz ist es dann gut die energie hoch zu halten hoch zu schwingen feste zu feiern und der eifersucht der unsicherheit oder den beobachtungen beobachtet werden den rücken zuzukehren ja also lasst euch hier nicht die gute laune von giftigen umfeldern vermiesen unter dem deck habe ich den offizier das kann hier gekoppelt das kann mit dem haus ein vermieter sein das kann eine behörde sein das kann der mann eures lebens sein ein heimlicher liebhaber es kann aber auch um euer wertesystem gehen der offizier steht dafür da möchte ich euch sagen steht für euch gerade lebt eure werte drückt eure werte aus macht euch eure welt so wie sie euch gefällt das könnte ein sehr guter slogan für euer video im september sein ja nicht könnte sondern kann bitte eine klärungskarte zur falschheit im unterbewusstsein da haben wir den ritter der schwerter das kann ein hinweis auf vage wasser mann zwillingsgeborene sein also alle luftzeichen es kann hier um angriffe gehen es kann hier um kommunikation gehen um klare kommunikation um scharfe kommunikation ja kommunikation haben wir jetzt zweimal liegen mit dem mager und dieser karte dann hätte ich gerne eine klärungskarte zum tod da haben wir die vier der stäbe das spricht auch von einer vollendung das heißt eine alte phase muss beendet werden damit neues in euer leben treten kann eine weitere klärungskarte hätte ich gerne zum ausgang wow da haben wir die sonne ja als löwe geborene seid ihr dem planeten sonne oder dem fixstern sonne zugeschrieben hier geht es darum dass ihr euch lernt mit sonnenmenschen zu verbinden im arbeitsleben im privatleben auf jeglicher ebene ja das ist ganz egal wo ihr euch hin bewegt die hier tanzt ein zwillingspaar ja umgebt euch mit menschen die sonnige naturelle haben die euch gut tun vielleicht seid auch ihr hier für jemanden die sonne im september das kann hier auch sein und die karte spricht für den hochsommer dass vielleicht im hochsommer noch sehr viel in diesem kontext geschehen möchte ja es ist auch eine karte des erfolgs ja erfolge zu feiern und wenn euch die jemand nicht gönnt dann ist das ihr oder sein problem gehen wir jetzt über zu den letzten drei impulsen für euch drei impulse für die löwen für september der blinde fleck der weg und dass sie wie lauten diese karten für euch der blinde fleck lautet das rumpelstilzchen ja das rumpelstilzchen spricht davon dass ihr entweder jemand anderem auf der nase rum tanzt oder dass ihr das gefühl habt euch dann jemand auf der nase hier geht es um versteckte aggressionen wie könnt ihr diese energie konstruktiv nutzen ja was macht ihr wenn euch jemand auf der nase rum tanzt auf eurem weg geht es um den pranger diese karte viel wirklich bei vielen verschiedenen sternzeichen hier geht es sehr viel um kommunikation und konflikt bewältigung auf einer sehr konstruktiven ebene und es geht um ein outing hier kommt eine wahrheit durch ein bestimmtes gespräch auf den tisch also das dritte mal haben wir jetzt wirklich fokussiert die kommunikation auf dem tisch liegen also wie kommuniziert ihr wie kommuniziert ihr konstruktiv lasst euch hier nicht an den pranger stellen lasst euch hier nicht in den rücken fallen oder wenn ihr auf der anderen seite steht dann überlegt euch genau alles was ihr aussendet wird auf euch wieder zurückfallen ja und wohin führt das ganze zur mnemosyne das heißt eure seele ruft euch das spricht auch sehr stark mit der sehnsuchtskarte zusammen oder hängt damit zusammen also die seelenebene wird hier gefeiert die wird neu eingefärbt was bedeutet denn das dass ihr der seele platz macht dass euer wahres wesen hier immer mehr zum vorschein kommt ja vielen menschen passt das nicht dann fühlen sie sich verraten aber ihr seid es euch selbst wert ich wollte jetzt sagen schuldig aber ich bevorzuge hier das wort wert hört auf eure seele sie wird euch immer wieder nachrichten und impulse schicken nehmt sie wahr lasst die stimmen in eurem kopf ruhiger werden damit die seele zu euch sprechen kann mit diesen impulsen liebe löwen wünsche ich euch alles liebe und freue mich schon sehr aufs nächste reading mit euch bye bye